Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Wir wollen den Virus auf Brutal schaffen. Ähm, ja, das ist gut. Kreationist. Dadurch mutiert unser Virus weniger stark. Das ist dann schon mal ganz gut. Infectivity in your starting country. Dann sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs, obwohl wir auch erhöhte das machen wir, über Schiffe erhöhen, in feuchten Gebieten erhöhen und dass die Transmission dass die halt einfach nicht mehr kosten, weil wir da am meisten investieren wollen, brutal. Und wir nennen unsere Krankheit einfach mal Dummheit. Ich habe das schon vorher mal getestet, aber noch nicht geschafft. Wir nehmen wo starten wir mal unsere Dummheit? Hier ist nicht feucht, hier ist feucht. Das gehört drei Millionen. Hier ist feucht, aber nicht so viele Einwohner. Hier ist feucht, nicht so viele Einwohner. Wir fangen hier an. Auf dreier Geschwindigkeit. Okay, Dummheit hat den ersten Menschen betroffen. Oder infiziert. Finde ich gut. Schade nur, dass Dummheit in Indien ja losgeht. Ich hätte eher gedacht, dass Dummheit aus irgendeinem westlichen Land kommt. Man weiß nicht so genau, woher. So, wir fangen mit Wasser an. Ganz viel über Schiff wollen wir jetzt übertragen. Und sobald das halt mutiert, müssen wir zurückentwickeln. Kostet aber Punkte. Kostet Punkte, was doof ist. Hoffentlich ist das nicht so wild. So. Luft. Das erste Mal rückentwickeln sind drei Punkte. Dann vier, fünf, sechs. So wie jetzt hier. Anämie. Drei Punkte. Wir wollen überhaupt noch nicht erkannt werden. Das heißt, es muss immer alles weg. Es nützt einfach nichts. Es muss einfach immer alles weg. Das ist doof. 15 und 14. Ja. Da haben wir schon mal da sehr gute Aussichten. Kommt schon. Gut, gut, gut. So, Wasser als erstes. Damit haben wir sehr hohe Wahrscheinlichkeit, über Wasser zu übermitteln. Einmal hier im Wasser. In Leitungswasser und so weiter. Aber auch, ich denke mal, über Schiffe erhöht sich das ganz gut. So, das erste Schiff. Nächstes Schiff. Sehr schön. Dann gleich die Flugzeuge mit. Und Anämie. Mal wieder. Die wollen uns ärgern mit ihrer Anämie. So, da ein paar Schiffchen. Sehr schön. Das Land ist gleich komplett infiziert. Okay. Alles klar. Wir brauchen jetzt nur noch ein paar Pünktchen. So wie jetzt hier. Luft. Das hier kostet 16 Punkte. Bin ich fast schon überlegen. Aber lieber erst mal. Drug Resistance. Das hier kostet gleich schon 26. Leckt mich fett. Ist doch nicht deren Ernst, oder was? Verbreitet. Ja, ja, ja. Dann kalte Länder, denke ich mal, nehmen wir. So. Kommt schon. Go, go, go. Kalt. Das nächste kostet 14. Kalt 2. Brauchen wir auch. Für die ganzen kalten Länder. Klar, die ganzen Schiffe, die sich verbreiten. Sehr, sehr gut. So muss das weitergehen. Wir brauchen ja erstmal alle Inseln. Nausea. 13. Transmission. Blut nehmen wir da. Gut. Punkte, Punkte, Punkte. Da. Sehr schön. Hier hin. Genau da. Richtig. Keiner kriegt was mit. Es ist überhaupt gar nichts los. Wir sind gar nicht da. Dummheit verbreitet sich unbemerkt auf der ganzen Welt. Keiner hat es mitbekommen. Ich weiß leider nicht, wer mir den Vorschlag gemacht hatte mit der Dummheit. Aber es ist ein super Vorschlag. Dummheit verbreitet sich auch sehr schön. Es ist, ähm, ja, ein Traum. Es ist wirklich ein Traum mit dieser Dummheit. 17 Punkte. Ich mache lieber noch Kalt 2. So, 7 Punkte übrig. Jetzt hoffe ich, dass schnell ein Schiffchen auch nach Grönland kommt. Zysten. Geh weg. Brauchen wir nicht. Madagaskar. Wurde infiziert, aber da ist noch keine Blase hochgekommen, oder? Ist mir noch nicht aufgefallen. So, wir haben da schon ein bisschen was. Island haben wir erwischt. Und wir wurden noch nicht erkannt. Anämie muss auch weg. Blut haben wir zweimal entwickelt. Das ist schon sehr gut für Südafrika oder Afrika an sich. Da sind ja viele ärmere Länder, auch hier in Südamerika. Hier auch in unseren Gebieten. Symptome. Acht Punkte kostet das jetzt schon. 14 für die Hitze. Vielleicht ein bisschen Vögelzins dazu mal nehmen. Vögelzins. Die können auch ein bisschen weit weg verbreiten. Finde ich gut. Schau dir das mal an. Das ist doch gut hier. Jetzt habe ich hier noch ein Vögelchen rüber oder irgendwas. Dummheit hat was entwickelt? Rash. Die Wolf. Neun Punkte. So, Transmission. Nehmen wir das hier noch. Ja. Warum nicht? Und einmal Wärme. Wir werden heißen Regionen das auch noch besser verbreiten. So, Grönland. Herzlichen Glückwunsch. Schweden fehlt. Das passt. Schweden kriegt gleich noch. Das ist alles hier. So. In Island gibt es das Festival der Liebe. Ja, Husten. Wunderbar. In Ägypten wurde eine Krankheit gefunden. Ach was. Das ist ja mal was ganz komisches. So. Und das entwickelt sich jetzt im Prinzip von ganz alleine. Wir könnten das hier machen. Dann entwickelt sie es von alleine noch viel schneller. Damit heben wir sozusagen den Kreationist-Effekt um. Oder heben wir den um. Naugia. Jo, 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 jo. So. Jetzt bin ich nur gespannt. Ob wir auch mit den ganzen Sachen hinterherkommen. Wir brauchen hier auch ein bisschen schnupfen. Das ist ein bisschen tödlich jetzt hier. Rush. Hauptsache, das verbreitet sich jetzt. Ganz schnell. Vier Prozent erst. Jo, jo, jo. Die machen jetzt alles dicht. Das Gute ist, dass wir alle Länder jetzt schon haben. So. Es geht sehr langsam gerade. Hab ich etwa vergessen? Na, haben wir nur einen. Na ja. 20 Prozent. Fieber. Okay. Dummheit hat Verrücktheit entwickelt. Ja. Verrückt und dumm. Das ist super. Dadurch behindern wir die Arbeit der Forscher. Okay. Ups. Okay. Jetzt geht es aber hier in Schweden rund. Kommt schon. Immer mehr entwickeln sie. Wir brauchen jetzt einfach nur mehr Punkte. Das ist das Blöde. Komm nicht hinterher. Oh, Amerika. Amerika, Amerika. und Schweden, äh, Kanada. So, wir brauchen irgendwas, was noch ein bisschen die Scheißerei höher macht. Zehn Punkte. Oh, oh. Ich hatte keine Nekro-Dingsbums gemacht, ne? Nekros Dingenskirchen. Wie heißt das? Nekrose. 32 Punkte. Damit die Toten auch noch verbreiten. 78 Prozent. Scheiße. Scheiße. So, jetzt müsste es aber noch schneller gehen, oder? Oh, 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 oh. Oh, oh. Es werden mehr. Es werden mehr trotzdem. Okay. Hier auch. Wo fehlen noch? Oh. Oh. Schneller, schneller, schneller. Oh Mann, geht das flott. Insomnia und Anämie. Ja, ja. Drei Millionen. Wo sind die Letzten? Wo sind die Letzten? Oh Mann. Ich weiß nicht, wo die Letzten sind. Eine Million. Der Letzte Mensch wurde mit Dummheit infiziert. Yippie. Wir haben den Letzten Menschen mit Dummheit infiziert. Oh, endlich geschafft. Ich dachte schon, da passiert nichts mehr. Aber so kann es passieren. Die Menschheit wird einfach mit Dummheit infiziert und dann passiert sowas, ne? Rotten sie sich einfach gegenseitig komplett aus. An alles ist tot. Du hast die Menschheit mit Dummheit ausgerottet. In 805 Tagen. Die Heilung war schon bei 80 Prozent. Fast hatten wir Intelligenz gekriegt. Ähm. Aber dann doch nicht. Oh Mann, das war wirklich sehr, sehr knapp. Schaut es euch an. Yeah, Gold. Als nächstes steht da Fungus an. Und der wird auch nicht so ganz einfach. Ich denke mal, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiterhin ein paar Namenvorschläge habt. Justin Bieber war ja einmal. Dummheit hatten wir auch. Sonst muss ich mir noch irgendwas anderes überlegen. Für einen Fungus. Den Pilz. Den nennen wir dann... Den gemeinen Scheidenpilz. Oder... Ich weiß es auch nicht. Ist richtig gemein sowas. Aber... Ja. Ich weiß noch nicht. Ich muss mir das überlegen. Und ich sage erst mal danke fürs Einschalten. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Fungus Brutal Edition. Bis denne. inen Super. Bis denne.